Herzlich Willkommen zu einer Luka auf meiner Mitarbeiterin, diesmal Luka. In der letzten Folge habe ich so Mike gekillt. Es war einigermaßen knapp. Und um jetzt den Wohlverdienungsstuff zu machen, wir wollen überhaupt selber in 3, 2, 1. Herzlich Willkommen. Ich habe mir noch kurz 24 Level gefarmt, weil... Ich brauche 24 Level. Ich habe jetzt noch ein Gigaschwert bekommen. Ich habe auch noch eine Kiste erstellt. Da, wo es schon mal gestorben ist, ist auch noch ein bisschen was drin gewesen. Nicht das notwendig ist, aber... Ich werde es mal unterholen. Hier Pfeile oder so. Ein bisschen Gold. Ähm, das Ganze schon mal zum Nether-Dom. Okay. Und dann treffen wir uns in der Base von uns. 21 Dias habe ich jetzt so. Vermutlich 11 hat er oder so. Als Art der Eisner hast du noch ein Diaschwert. Das hat er halt auch extrem gelegt, dass er gerade in dem Moment, wo ich ihn gefüllt habe. Da hatte ich schon echt Schiss, dass ich sterbe wegen dem Index. Ja. Hoi. Alter. Da muss ich mir echt aufpassen. Aber... Sei es mit Gas, sei es mit... mit gebrautem Beben. Gut, bin ich schon in der Base drin. Ja. Hoi. Ja. Ja. Ich meine... Oh, ich nehme mich kurz. Ja. Guck mal schon. Guck mal schon da. Ah ja. Guck mal schon abonniere. Ja. Ja. Und Likes, das lassen wir nicht vergessen. Und kommandieren. Ja, ja. 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 So, wir brauchen beide noch Schuhe, oder? Ja, ich brauche Schuhe. Dann brauchte ich uns beide mal bitte. Die sind drin. Ich brauche noch zwölf. Ich brauche noch zwölf. Ich brauche noch zwölf. Da kann ich auch Plamme entchanten. Ein Buch. Ich trock dir mal zehn Blöcke hin. Mach dir mal Fick-Ecks. Eisen ist da drin liegen. Ja, Eisen? Nee. Eisen? Nee. Ich komm mal. Warte. Ich brauche noch was denn tun dazu. Mach das auch mit Laufen und so. Das ist sehr gefährlich. Immer sinken wenn du über Wege gehst. An Ecken. So. 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 1 Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Geh weg, geh weg, geh weg. Hättest noch EGIS dran. Nein, hätt ich nicht. Ich fand Stormlight zum Kampf abgelaufen. Hätt ich heute gar nicht gespielt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute getötet. Heißt er jetzt raus? Ja. Warum hast du denn rausgehauen? Ja. Er wollte nicht mehr. Ich hab... Und da hat er dann gesagt, kommt Finn. Ich weiß, er darf nicht die Ehre töten. Ich hab das nicht gesagt, aber... Ich hab gedacht, er will ein Star Phoenix nur an jemanden weitergehen. Hä, was für'n Star-Fahrzeiter sein. Ohhhh. So, kurz angezündet. Ähm. Schon ein paar Dias. Mann, ich hab immer noch keine Dias. Ja, ich hab jetzt noch mehr. Wir sind bald vor dir. Also Luca und ich sind schon. Stefan braucht noch. Aber für den haben wir auch jetzt. Einen Dias. Ach, benutzt das auch. Ja. Ich, äh... Lukas braucht noch die Quelle ab und kommt dann zurück zur Base. Hä, warum habt ihr eine Base? Ja, wir wollen nicht die ganze Zeit unsere Bücherregarde neu quatschen. Und da haben wir uns eine Base gebaut. Warum ist der Spawn so veranschleitig? Ja, weil Stryver ähm... Wasserläufer hat und... Ähm... Ja. Nein, der ist komplett mit... Bausachen und alles mit... Ja, das hab ich auch gesehen. Aber das mit dem Wasser... Das bringt den... WTF? Also ich schreib da mal rein, der bleibt ja jetzt in der Laptop-Klasse und deshalb hat er Discord drauf. Da dürfen wir uns nichts installieren. In so einem... In so einem... Spülpizis. Hä? Laptop-Klasse? Ja. Und da fragst du dich, es ist in Neukölln. Was ist das? Was ist das? Asi-Bezirc von... Also einer der Asi-Bezirc... Also einer der Asi-Bezirc von Köpenöck. Meine Schule hatte früher auch Elektro-Klassen. Wann bin ich in die Schule gekommen? Dann gab es keine mehr. Ja. 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 Das ist doch mit Zombie-Pick-Axys. Das sind das größte Probleme. Aber wenn du da mal einmal einen Hütest aus Versehen dann... Ja. Wie immer einen Hütter war... Ich habe den eh bei denen eh mal verkauft. Ja. Manchmal schau ich auch nie die auch vor die Pick-Ax. Das sind die geilsten. So, jetzt kann ich das mit Schaden nehmen. Guck mal wo du die besten Schadenmonstern aufbekommen würdest. Wir müssen ja so ein Bogen, die V3. Ja, nimm! Ich habe heute noch ein Dings hier. Laphis? Ne, nicht Laphis, ein Amboss. Deswegen könnten wir uns quacken an sich. Aber steht hier keiner mehr? Ne. Ich habe keinen mehr gefunden. Wie vereisen hast du gar keins? Ich habe gar keins. Das macht so. Das wollte ich entschärnten. Okay, jetzt mal her. Ich muss auf Flamme ein. Perfekt. Okay, jetzt mal so. Aber wieviel in Folge war die eigentlich gerade? Gute Frage. Okay. Es müsste jetzt die 26. sein. 26. Mhm. Ich habe deutlich weniger als zu. Ich krieg halt nichts gutes auf meinem Helm. So. So. Geht, danke. Okay, jetzt mal jetzt früher ein Shoutout. Ich könnte Slip-Touch entcharmpfen, die Pig-Packs. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Ich weiß nicht. Dann bleiben wir jetzt mal hier bis zum Ende der Frage. Ich bräuchte heute noch an diesem Schaffnis 2 Schwert. Also Bier am besten. Dann kann ich mit Schaffnis 4 machen. Ich kann mich schon gucken, ob er gar nicht so gut ist. Ich kann mich schon gucken, ob er gar nicht so gut ist. Das war die Folge Snack on Shop. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.